Es ist das Halbfinalspiel in der Easy Credit Basketball Bundesliga Playoffs. Die Telekom Basketball verlieren mit 68 zu 80 gegen den FC Bayern Basketball. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir starten mit André Trincheri, Trainer des FC Bayern Basketball. Coach, your statement please for the game. So, Best-of-5-Series is always the same story. You need to enter the series. And then, from the first game, you navigate the series. So, tonight we had a bad first half, where we made a lot of mistakes and we turned over the ball 14 times. Usually we have 10 turnover average in the whole season for 20 minutes and in the second half we were a lot better. Still we had another 7 turnovers. We cut it 50%. But the key thing was that we played solid defense and we rebound excellent well. So 42-24 rebounds was the key of the game. Without shining, a lot of turnovers, missing some guards wasn't easy to play. I'm sure we can do better. But now the most important thing is to raise our level from game to game. We need to be better on offense, better on defense, better on concentration in game two. And we expect Bonn because they are an excellent team, very well coached. They had so far a great, great, great season and they already beat us bad on this court. So we need to prepare to regenerate for game two. And my last words goes to defense. Amazing, amazing, unglaublich atmosphere, stimmung. And we have to get ready for game two. Thank you very much. You mentioned that you cut the turnovers in the second half in half. What changed defensively or offensively for you in the second half? Our turnovers were, we were a little bit sloppy. You know, many times we passed the ball inside, then Bonn defense swarmed inside. And we just, you know, thought that the job is done. Try to pass the ball out the flexions turnover. So I believe that we have to be better on that. And because it's very difficult to play on this court with so many turnovers. At least we had good turnovers that the ball went out. Because you cannot run fast break when you have to make out of bounds. Inbound from sideline. So this is the only thing that I can find positive in our turnovers. Thank you very much. Gibt es Fragen? Are there any questions? No questions? Danke, ciao. Thank you. Okay. Zweiter Teil der Pressekonferenz jetzt mit Baskets Head Coach Thomas Iserlo. Thomas, dein Statement zum Spiel bitte. Zuerst Glückwunsch zu FC Bayern München und Coach Trinkieri. Die waren die bessere Mannschaft heute, ganz klar. Wir wussten, dass die eine Top-Mannschaft in Europa sind und die haben es auch so gespielt. Und es war, wir hatten einen guten Lauf in dem Spiel. Im ersten Viertel mit Tyson Ward, der einzige leichte Korbe unter dem Basketball. Die ganze erste Halbzeit haben wir gut gekämpft. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir ganz gut begonnen. Die dritte und auch vierte Viertel. Aber inzwischen haben wir unseren Rhythmus verloren. Und ich denke, die Hauptsache war, dass wir gar keine Vorteile kreieren können in Offense. Und das ist natürlich dann schwierig. Wir haben gekämpft. Wir haben ein bisschen mehr Druck an der Defense gemacht. Darum hatten wir zwölf Field Goals mehr. Aber einer unserer größten Teile in unserem Spiel ist natürlich die Rebounding. Und das war heute nicht. Wir waren nicht präsent genug oder gut genug in diesem Teil. Und ja, darum haben wir heute verloren. Vielen Dank. Ihr hattet ein paar Vorteile und einen Early-Success mit Post-Ups, Tyson Ward, Javante Hawkins. Ist das etwas, worauf man aufbauen kann für das nächste Spiel? Ja, die haben dann auch die Line-Ups verändert und danach mit noch einem größeren Line-Up gespielt. Und das ist der Unterschied zwischen Bundesliga-Level und Euro-League-Level. Und du hast Point-Guards, die sind die gleiche Größe als unsere Vierer oder Dreier. Und diesen Unterschied müssen wir besser auch nutzen, unsere Vorteile. Dieses Spiel war mehr ein Bayern-Spiel als ein Basket-Spiel. Und das müssen wir für Montag verändern. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Coach Iserlo? Keine Fragen, dann bedanke ich mich bei Coach Iserlo und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke auch.